Stimmt, ich habe noch keine Runde heute verloren. Das ist auch gar nicht passiert. 3 zu 0 jedes Mal. Gehen wir da durch? Warte, ich kann... Oh, zwei, zwei schon da. Down. Zwei Leute zitieren. Was sind Spike, Flask? Oder einer Heaven, oder? Ne, doch nicht, es war Dals. Flank schon da, Flank schon da. Backside, Backside. Lang, lang einer. Lang und der andere war vorhin CT. Open, Heaven, Heaven und lang. Oh, oh, wenn du kurz, Heaven und Kong. Nämlich da gesehen. Letzter Leben der Verbündete. Ach, Mann. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Kiste geslippt, ja. Scheiße. Aber schöner Entry-Frack auf Lang. Oh, gut. Dann müssen wir wieder Fakten. Schade. Mäna, zurück in gegen! Weißt du was? Ja! Ja! habe ich mir gedacht habe ich habe sechs punkte für hier und da damit es pustet und auf c steht auch oben auf der kiste könnte sein dass die a wieder pushen bitte einer das ist ein drab wenn du bei b auf grunty pusht ist das manuelle drehen oder das ganze gedrückt halten das manuelle drehen rechte gedrückt halten müsse manuell drehen sein ja ja gerade geht nicht so wie ich mir vorgestellt habe jetzt gerade noch drei sekunden was was bleibt angespannt wie eine bogensehne das machte nichts egal wir bleiben einfach angespannt wenn der bogensehne passt ja schon angespannt wie eine bogensehne also crunchy pusht tatsächlich immer super aggressiv auf a naja ja danke berliner guck an arjenvogel ja 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 schön vielleicht auf short der gebiet auf rechts 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 wenn mann zurück weiter wir sind auch ein weg seit mal zurück ich wollte eigentlich nur dinge es halten ja es wird es sind glaube ich noch zwei mindestens 2 auf direkt ich kann mal durch drohen und checken los 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 pushtrares pusht das 155 die treten aus noch 30 sekunden ist nicht für lange geplandet oder hast du lineups für da habe ich auch krank mache kein lacher ich gehe zu lang zurück könnte lang sein drunter meine kannst du eigentlich weg kommen gespeichert wegen den schönen vp ist ein unding das ist ein unding ich glaube sollte eigentlich gut funktionieren wenn wir schnell drauf gehen ja wir sollten aber auf jeden fall zwei short gehen also wenn wir a gehen genau wenn wir a gehen brauchen wir auf jeden fall boom bot hier unten rein ja dann geht vielleicht flaske mal kurz und die anderen oder flaske und crunchy kurz noch einer short ich gehe mit short schlafen wir sie ich habe mich eingesperrt team vielleicht da aber der war cool mein guter kill letzter leben der verbündeter ok ich renne weg meine ult ist bereit kannst du auch resten kannst du auch resten doch die bombe ne reicht zeitlich auch nicht mehr oder ne reicht nicht mehr schade big news big drama alter hat die noch wechselt hier angelehnt und dann einfach auf der plant gehen weil wir sobald wir das also den spike da ja gelegt haben sollten wir die runde eigentlich gewinnen ich muss sagen ich finde da los gewinnen strategie einfach ein bisschen besser aber dort sind ja damit auf geht's ich finde ich möchte sogar die runde dann einfach abgesmoked ja c nix c lang oh mein gott alter ich krieg's hand den shop nicht zu ende bringen ich mach dazu flaske tabbeldor c warte ok schon fein also zumindest backseite zählen ja linke seite 2 2 2 ich ziehe die wall runter Achtung die haben mich gehört die kommen einer low hat da hinten nicht gewandt bekommen ja der smoke da jetzt noch fünf minuten lang ab da können wir nicht drauf auf decke gebiet auf oh 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 mein gott meld kannst du mich essen und wir gehen auf A oder so los ist jemand ja also A kommen und C kommen ey das ist ich hasse mein Leben ich hasse ich bin so schlecht in diesem Spiel hab ich nicht lange geguckt unglaublich atmet weiter ich will deren leben nicht eure maruna hat mich einfach weggeklickt ok wer jetzt hier Aranko spielt von mir in Heald und wenn er stirbt und ich reframen sollte wird auch wiederbelebt ok let's go oh das ging schnell wir werden ihn wehtun ne doch mach mal mach mal eine Arbe und ok ja reingebaitet und rein ey das der mir einen hochfuss gibt vielleicht von hinten Achtung hey ey es ist einfach nicht gerafft dass die Wand da runter geht noch einer da lektion erteilt maluna war short drinnen ne ja war so das kurz drin ja ja maruna sorry 40 AP toxine treten aus ich heile dich irgendwo kurz drin ich versuch für CT zu legen ein Gegner übrig ja ja der Operator ne ja das sind alle scheiß Positionen ne ja ja ist das schlimm ey wirklich CT wahrscheinlich mit der Operator A so lang so 50 50 lang so 50 50 lang na schade na ja er hatte mich halt irgendwann gehört so ich hatte gehofft er weiß es nie mehr ich muss da lang gucken Knapp 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 1 5 Kurs Was meinst du Drohne? Lust auf einen Ausflug? Sage ist ein ziemlich guter Duelist Echt? 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 kein gesehen ich auch wo er geht runter achtung jetzt ich hatte durch drohen warte mal aber halt ich bin nur support okay okay ich will sehen guter boost mal alle weggegangen vom spot noch nicht einfach mal b machen ja da ist der beschwer c wollt ihr ja ja das wollten wir machen sehr gut ich habe hier nur gekauft ich komme jetzt habe sie so im alf links hier ich kann da durchgehen wenn ihr wollt spike in mitte nicht mit mir ich habe den spike einer rotiert von c weg hä bin nicht mehr bei dir um das ist gut ich gehe auf c drauf ich habe c nicht gecheckt ist drauf ein gegner übrig ich habe den fixpunkt damit rechnet der nicht kann der über garage kommen der geht saven ich habe ihn saven gehört ich glaube es natürlich macht er das ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher aber schön dass das ist auch hatte Beim nächsten Ulti-Punkt habe ich, oder beim Plant habe ich Ulti ab. Wollt ihr wirklich A gehen? Weil A hat ja immer nicht so gut gelacht. Die Jakt beginnt! Vielleicht in den Schuhzaun, wollen wir bei den Leisten bleiben. Ich halt A nur an. Nur ein Vorschlag. Nee, hast ja recht. Ey, 100, ja klar ey, ich hasse alles. Meine Ulti ist bereit. Er geht wieder runter. Drei, zwei, eins, wo er geht hoch? Rechts irgendwo. Hallo. Ist vielleicht irgendwo drauf, bin mir nicht sicher. Noch 30 Sekunden. Ich scanne voraus. Komm, rauf da. Rauf da, da. Rechts. Kann ich? Schön. Sehr gut. Kannst du D kommen? Ein Gegner übrig. Ich habe ein richtiges Entry-Pech. Egal wo ich hingucke. Egal wo ich hingucke. Ich schieße daneben und dann werde ich umgebracht. Lass uns mal A gehen, ich werde diesmal kurz weg dronen. Direkt hier. Dann müsst ihr aber auch rausgehen. Ich springe auch einfach direkt durch. Und wenn ich sterbe, dann werde ich wiederbelebt. Ups. Mit dem Push schon runter, hinter uns, ne? Ja. Okay. Achtung, Nate. Ist das eine geile Mauer? Das ist geil, das ist geil. Das ist insane. Da kommt keiner durch. Die Messer an der gerade gegen mich. Willst du du mal an? Der hat die weggeknifed. Was zum Frechdachs, ne? Den machst du. Und wenn du den nicht machst, belebe ich dich wieder. Okay. Ich mache ihn, ich mache ihn nicht hinholen. Außer ich bin vorher tot. Der war noch jemand, da war ein Neon eben. Ich weiß nicht wo. Keine Ahnung. Drei Leute mindestens noch waren. Ja, wir töten sie alle. Alles easy. Ich ziehe sie wieder runter. Rainer war auch noch da. Jetzt. Geh für den Long Range trailer. Geht nicht. Rainer war immer noch da. Geh für den Long Range trailer. Oh nein. Und zählt jetzt. Zählt jetzt. Zählt jetzt. Der letzte. Jawoll. So wird es gemacht. Denk dann. Niemand ist ein Held. Wenn er nachher du fliebst. Und Vlesk, wie läuft? Oh nein. Nein. Ja ist tough alter. Ich sage einfach ich hole Info. Ja Gegner sind aber auch gut. Kannst du legen Romatra? Wir überlegen. Ja klar. Ich hole keine Frakes, ich ziehe nur Info. Haha. Ich fühle auch gerade. Schicke Drohne los. Warum hat man die mehr angesehen? Hey. Ich bin echt angepischt. Ich bin echt angepischt. Hilfst du Romatra? Das ist so wichtig. Okay Romatra. Rein für den Bait. Okay. Okay. Ganz weit. Scheiße. Ist er gebodyblockt worden? Ein Stück Holz. Richtig hinterher. Aber wie landet er da? Warte mal. Ich habe den Spike. Oh. Kurz. Warte. Ich habe kurz vielleicht? Ja. Boah. Das vielleicht muss aber echt klein geschrien werden. Egal. Egal. Seifer ist glaube ich auf B gewesen, oder? Ja, also B ist safe. Also B ist locker. Ja, Kielan, ich hoffe, du hast aber auch das Ass gesehen. Da können wir einfach hin und die fertig machen. Herr Rose, keine Zeit für Herr Rose, Bro. Da stand noch einer kurz drin. Wohin? B. Locker flockig auf dem B. Ich war B. Okay, da aus Double Dock kommen sie nicht raus, ist zu. Ich bin der Jäger. Okay, sind es Bucks da? Wo du steht, Achtung. Okay, lass uns durch. 3, 2, 1. Maluna push von hinten. Jetzt. Aus A raus. Links ist, steht jemand. A, Con in der Ecke. Können Shorty? Letzter Leben der Verbündeter. Ach du Scheiße. Wie wird die Runde haben wir? 7, 8, 4, 8. Ich habe den Speich. 7, 5 ist doch gut. Da war noch einer, Ackwann. Schade. Schade. Schade, mein Ass war krass. Mein Ass war krass. Aber, dass das danach kam, leider nicht. Ich glaube, du machst am besten Beben immer zu. Direkt hier. Ich glaube, das ist der, das ist der Way. Geh direkt, erste Runde fürs Movie. Okay, ist noch nicht schief gegangen, glaube ich. Ne, ne, ne. Ich stelle die Wand einen Meter weg, dass man dann vorbeilaufen kann. Und dann sneak ich mich raus. Das hat noch nie einer gemacht. Habe ich doch nicht. Nur eine Illusion, optische Täuschung. Die werden bestimmt wieder relativ wenig faken, I would say. Optische Täuschung steht. Achtung, ich lasse die C-Side gehen, ja? Passt auf. Sind die schon drauf? Okay. Ja, ja, sind drauf. Ich arrow gleich, ich arrow gleich. Und dann kannst du probieren, zu retaken. Einfach eine Cam in den Mitte. Ah, die hat getroffen. Oh, als ob Crunchy das scaredet. Oh mein Gott. Ich scanne voraus. Die guckt. Spike platziert. Okay, 6, side, 3 Leute. Noch einer uns hat schön im Desk. Jawoll. Wasser, das steht in der Ecke, hinter der Küste hier. Ja, ja. In der Plateau. Hat sich gerade unsichtbar gemacht. Ist immer noch ein Eck. Ein Gegner. Sehr gut. Lang, der letzte. Ecke Seite, schwer. Holgo, nein, für beide. Kevin, kannst du hinter dir die Diengel aufheben? Mit den ersten beiden Kicks. Ja, natürlich. Perfekt. Ich habe ja keine Diengel hier. Ich gebe sogar meine. Geil. Danke, danke. Sie wollen einen Kampf? Dann sollen sie einen bekommen. Nachdem das erste Play schon so gut geklappt hat, mache ich jetzt noch eine Eiswand und booste mich selber hoch. Weißt du was, da komme ich einfach mit. Ja, aber vor mir, vor mir, vor mir. Vor dir. Willst du, schau dir, willst du die Rase nehmen oder könnten wir beide so lang? Na, hier den Marshall. Du auch. Sehr gut, wir haben alle Marshall. Jo. Nice. 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 Schön. Rechts, oder? Ja. Sieht man von hier, wenn die da piepen? Ja, ja. Du würdest, also nicht da, wo du bist, du musst zu mir auf die Ecke. Und jetzt kannst du an diesem Mittelpunkt hier vorbeigucken. Der kommt da niemals raus. Oder ich gehe einfach hinten drauf. Ja, ja. Der ist raus. Redter Link, Spike in C. Spike ist auch down. Wir sind echt auch nicht Marshall unterwegs. Greift an mit der Marshall, greift an. Was passiert da? Ein Attacke-Team. Schön, Lester, holt auf dich. Die Art Höring. Ich darf nicht lange fortbleiben. Sehr gut, Schade. Danke. Hey. Ich war da auch dabei, ja? Ich habe auch zwei gemacht. Wir haben 2-2. Ich meine, den letzten Kable, Gibi und ich einen Messerkampf wollten. Und Shorty. Ups. Es ist doch voll dumm, wenn man ein Messer benutzt, wenn man auch einfach eine Waffe in der Hand hat. Ist so. Das ist viel besser. Ich scanne voraus. Da sind sie. Da sind sie. A ist relativ, äh... Ich halte mal nicht den Doppel-Door. Die machen Mitte die Wand weg. Digga, Robo. Die gehen Doppel-Door, Window rein. Achtung. Ja, das wird nicht A. Wie lang, glaube ich, hier ist nischt. Ja. Wir sind schon drauf hier. Naja. Und Side Down? Das war der? B ist die Wall kaputt, ne? B ist die Wall kaputt. Clip auf B. Ah, ich bin dran. Schöner Shot. Spike in B. Wie lang fällt der? Ah, der ist halt schon in der Mitte. Was? Mann, ich wollte auch nur den Arrow schießen. Wollt der aufhalten? Woher runter? Da in der Ecke, ne? Boah. Hier direkt. Okay. 50? 101. One Shot. Ah, komm. Jetzt ist der Ratty. Oh! Wer war er denn? Das ist ja mein Rivals Carry. Ihr hättet die ganzen Shotten versehen müssen. Ich hab alle gesehen. Jeder einzelne Shotten. Ratty, Ratty. Ratty, Ratty. Ratty, Ratty. Danke für den. Lass an! Lass an! Lass an! Kevin ist wie. Danke für den Freien. Ich bin Kaffer mit der Marce. Ich troffe euch alles, was ihr wollt. Schau dir einfach jeden einzelnen Schuss getroffen. Oh, das war so krass. Ohohohoho. Kämpft. Hört mal Garagen. Kopf runter. Stun ist halt die schlechteste Fähigkeit im Spiel, ne? Sehr gut, ich helfe. Schau dir. Gemeinsam werden wir sie unter ihren Vergehen begraben. Ja, also ich schwöre, der Stun ist so bad. Schau dir, wir holen die hier. Jawoll. Wir brauchen uns gar nicht besuchen. Hier kommt niemand drauf. Hier, Rekabi. Beschützt unsere Heimat. Spiker guckt vor BC irgendwo, ich hab den gehört. Wand kaputt gleich. Ist da jemand schuldig? Wand wird komplett kaputt gemacht. Erbärmlich, erzut. Was? Da wird was drin? Da, du hier? Schockpfeil. Äh. Ja. Die Linke steht drauf, die Linke steht drauf. Sagen wir hier nicht mehr bitte und danke, ich verstehe schon. Dankeschön! Oh Mann! Wie sind die denn durch B durch? Oh Mann. Bei B hab ich gesagt, dass das auf mich ist. Verdammt. Hab ich nicht gehört. Als es dann hieß, wieder auf die Spottung. Das haben wir ja. Sorry. Mein Aim ist einfach nicht gut. Äh? Ich hab mir den Finger mehrere Finger eingequetscht. Not gut. Ich geh mal hier in die Ecke, okay? Vielleicht kannst du mich beten. Ja, easy. Einer hat durchgesprungen. Haben die mich gesehen? Hm. Glaub nicht. Ich glaub, Crunchy ist nur volle Kanne durchgesprungen. Wenn man... Irgendwo kurz drin. Plus, plus, Mitte, zwei. Ich muss kurz raus. Ich hab hier, ich hab hier. Also wir gehen in Shortschau dann. Bis dann! Ich bräuchte leider wieder ein Heal. Da kannst du mich bitte healen. Ja, aber kannst du kurz reinkommen? Weil ich stehe gerade noch auf der Wand. Jawohl. Ich heiße dich. Ja, sind vielleicht schon C-Side. Jetzt geht die Party ab! Geht dabei angesichtet! Hast du ihn überlebt? Sind aufs Board, einer aufs Board. Ich brauch Hilfe. Hab ihn gleich. Oh, warte mal. Da ist mal du noch, ne? Aus dem Weg. Nehme ihn diese Hilfe. Oh! Super wild. Ey. Einer da bin noch ein Schindler hat jetzt mit Operator Kontraut durch. Das hat ein bisschen gelackt ey. Ein Gegner übrig. Meine Ult ist bereit. Drauf. Gepflanzt. Nicht Drone, warte. Spike platziert. Okay, nochmal. Jawohl, wuhu, wuhu. Da, du Kart. Der arme Mark. Benutzt nie wieder Raze Holt. So ne Scheiße. Bisschen übertrieben jetzt, du Mardreier. Nö, weiß ich jetzt nicht. Weiß. Oh, wir reden sind so bedeutungslos. Gebt sie doch einfach mir. Pflanzt. Ja, zähl jetzt. Sag's dir. Machen wir nochmal hier. Ist egal, Sohn. Jawohl. Segal, Sohn. Segal, Sohn. Segal, Sohn. Segal, Sohn. Geht ihr einfach, oder? Lade nach. Könnt ihr vielleicht schon durch sein mit ihrer Wall? Ne, ist anscheinend noch nicht durch. Oh, Smart. Jetzt kannst du schon gehen am besten. Ja, easy. Das hat so gut funktioniert. Ich fasse es nicht. Noch einer Kotze. Wie findest du die Orbs, Kevin? Oh, Hilfe! Heal, bitte! Fixpunkt, Fixpunkt. Danke. Oha, wie schnell! Kamera, ähm, wurde gerade wunderschön gedreht. Der letzte ist A lang, Entschuldigung. Ne, ach so, ja? Der ist irgendwo raus. Ja, Cypher ist da raus irgendwo. Kamera ist down. Ja, der wird da irgendwo... Ne, irgendwo steht der noch. Ich bin mir sicher, ich hab mehr Schaden gemacht als du. Ich bin mir sicher, hast du nicht. Das war ein Handshot. Muss ich doch, oder? Ich hab dem 120 gegeben. Ey, 160 von mir. Das war ja perfekt exekutiert hier unser Plan. Exekutiert. Gutes Comeback. Mitte? Glaub ich schieb mal. Meine Wand wird angegangen. Es wird gesmoked. Es passiert. In die Backstip Operator. Spike in Mitte. Ah, damn! Hier rechts in der Ecke. Wo macht er her? Ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Ich glaub der andere ist, äh... Der ist One-Shot. Ein Gegner übrig. Wir sind für Messer. Okay, nach mir. Okay. Sorry. Nee, da fick ich unten einfach. Matchpunkt. Wir machen sie fertig. Ein für alle Mal. Ich hätte niemals gedacht, dass Twitch so viel Spaß macht. Ja, Twitch ist geil, Alter. Twitch ist die beste Blattraum da draußen. Was machst du denn da? Warte, warte mal. Ähm... Hast du... Ich hab die Champions-Wender. Was hast du für eine? Hier, die Prime-Me. Oh, kann ich die haben? Na klar. Na, Moment. Stopp. Geh mal mal zurück, Crowley. Du kannst hier hin. Ich will nur alleine. Ich bin hier alleine, ja. Das passt. Ich komm hier nicht vorbei. Äh, A-Steps. Du willst doch meine Wand nicht kaputt machen. Ja, die Routine aber direkt in Richtung... Oh, was? Frisch fort, frisch fort. Ist auf Spot, ne? Sehr gut. And then Sage ist da, kein Problem. Gute Position, Flash. Krass du einen. Safe. Ich bin hier nicht auf B. Äh, B drauf, B drauf. Ich werde sabotieren vom Team. Legen B, legen B. Legen B. Legen B. Das Team sabotiert mich. Spike platziert. Ja, ich bin hier schon hinter. Nein. 30 AP. Mann, will ich da eine? Äh, A-Con, 30 AP, äh, C-Con, äh, ne, A-Con, das ist 30 AP. Ja, ja, ich weiß, das ist mit Operator. Ich hab ja nur ewig Zeit, ne? Ah. Wir mussten ihn treffen. I bet. Ja, war unwinnable. Das war unwinnable, ja. War unwinnable, leider. Ich hab ja nur eine Gipfelstimme auf mich geworfen. Dann hat mich... Dann hat mich zuerst geträumt. Ich wollte halt die Bait haben. Ich wollte es noch mal spannend machen. Alles für den Chat. Das haben wir letztes Game auch gesagt und dann haben wir noch verloren. Oh, oh. Ja. Wir holen die Runde jetzt. Zeit für Explosionen. Ich scanne voraus. Double Door. Gegner in der Mitte. Da sind sie. Dann A einer. Gegner Boden. Fenster 2. Meine Wand ist kaputt. Noch einer, bitte. Ausgelöscht. Erwischt. Doppeltieren wahrscheinlich. Das Messer macht sie grad warm. Dann revive mich und ich gib ein Kiss. Messer, 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 Messer. Wo bist du? Hallo, revive mich für die Tiere. Gerade, nee. Ich knife, ich knife. Tu's für die Tiere, tu's für die Tiere, tu's für die Tiere. Oh nein, ich will die nicht töten. Nein, du revimed niemanden. Der hasst Tiere. Das stimmt gar nicht. Du hast einen Punkt, oder? Wir haben einen Hund, ja. Ich weiß genau, wo ihr seid. Oh no, ich hab's geworfen. Vielleicht haben wir es geworfen. Keine Zeit, er kann nicht mehr planen. Stimmt, ja. Havens sehr, sehr groß. Kräfte nicht. Äh, wie lang kein Druck, ne? Äh, hab ich nicht. Ich suche die Tiere. Noch 30 Sekunden. Spike platziert. Absolut. Du kannst es. Aber, ich weiß nicht. Du bist wirklich nicht. Weißt du. Es hat eine ganze Zeit, die wir sind. Die Tiere hier ist gut. Ach scheiße. Hat mich. Oh, schade. Ich hätt halfen müssen. Oh, kapp. Eben und hast den Waffen noch. Hat er gut gemacht. Drohne und Arrow und dann hol ich mir am besten noch einen Kaffee, ne? Hallo? Ne, ich hätt halfen müssen. Ich hätt halfen müssen und dann rechts piegen, dann hätt ich gewonnen. Kannst du eigentlich über meine Wall rüber schauen, ähm? Danke für dein Herz an sich, Monat. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, aber ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich. Wir probieren das mal, okay? Okay. Wann ich zieh sie aber ein bisschen später hoch. Da kommt was? Da will du? Ich zieh mal hoch. Vorsicht, du kannst bangen. Vorsicht, äh, dort, dort kommt einer. Ja, das geht so ganz leicht. Battle Sage war noch da. Window. Und lang. Spike in A. Lang kommt was, ja. Und Spike. Bade. Ein Gegner übrig. Und lang ist wieder. Rainer Anrund, oder? Muss eigentlich auch lang sein. Noch nicht bereit. Lauf, kleiner Knallkopf. Ah, rechts von mir irgendwo. Wie gesagt, das ist lang. Äh, Bombe liegt vor A. Was habt ihr jetzt jede Runde klatschen? Schneller Muzzert. Spike platziert. Was, wie schnell? Hat schon geplatzt. Mach mal noch nichts, mach mal noch nichts, bleib mal stehen. Ja, die ist unter Heaven raus. Genau, chill 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 einfach. Ich mach jetzt Reveal. Ich scanne voraus. Ja, sie kann nur noch unter Heaven sein. Jetzt raus, jetzt raus. Oder kurz. Ja, ist kurz. Ich zieh, ja, ich zieh. Lang, lang, lang wahrscheinlich. Full trust, full trust. Ja, lang, lang. Komm schon, Sober. Ach, das ist... Bist du nicht überlang gekommen? Das ist mich gar nicht wahr. Ja, ich bin überlang gekommen. Sie ist kurz rein und wieder lang hin. War smart, war smart. Silver Lobby, ja. Mann, ey. Oh, Romano hat vergessen sich zu mute und frontet uns. Nein, nein. Das ging ja, das ging ja eher an mich, alter. Hä, ich hab jetzt zweimal den Katsch nicht geholt. Ah, klar. Das Ding war auch noch das Team. Wie selber Lobby. Sollte nicht passieren. Okay. Wie nutzt du einfach die Eiser auf dem? Ich würd einfach mal ulten, wenn die jetzt A kommt. Scheiße, Alter. Einfach nicht gemütet. Ich bin so bad. War geht hoch? Schön, Flask? Gemäht. Wer bist du? Einfach besser geraced? Wer bist du? Wer bist du? Oh, das war mir am besten. Fünf gegen vier. Das haben wir noch nie verloren. Wie können wir das werfen? Mitte ist safe. Wir können auf alle anderen Spots gehen. Also Mitte, B ist safe. Ah. Boah. Boah, 10. Was war das denn? Ich kann auf 10. Sind wir auf, sind wir auf? Wo liegt wer, den ich mir walten kann? Ich bin echt angepetzt. Garage ist, denk ich, am besten. Hinter dir kommt noch einer in Garage, ne? Könnte aber mal nur noch sein. Boah runter, Ulti runter, Achtung. Kannst mich auch resen, wenn du rankommst? Moment, stopp. Yippie. 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 Also ich leg... Oh. Da. Da lag einer rein. Ach, du warst doch gerabelt. Ich freu dich doch, Bray. Ja, hab ich ja gesagt. Ja, aber es klang so, dass du gerade eben erst gestorben wärst. Ach so. Shorty ist schuld, was Shorty hat gesagt. Das Problem ist, mit safe ist es ein bisschen blöd, wenn man die Leiche nicht sieht. Ey, wir sind das meine Schuld. Du hast gesagt, wir verlängern die Konten. Stimmt, ja. Da liegt ne Waffe, aber da war halt keine Leiche. Ja, ich hab die Leichen halt deaktiviert. Aber ich spiel auch kein Safe, weil es ist ja burscht. Worcht. Worcht. Alright, let's go. Jetzt müssen wir aber wieder den Motor anmachen. Jetzt machen wir den Motor an. Ja, wir gehen auf C. Jetzt haben wir alles, haben wir es genug spannend gemacht. Jetzt fahren wir einfach komplett drüber. Wir können einfach Default legen, so, und dann easy. Auf der Blend. Dann legen wir mal los. C wie Victory, also das C in Victory. Ne? Deckzeit. Gegner bei C gesichtet. Ach man. Jetzt hier in Smokes hin. Wir werden nichts machen, ne? Ja. Dann machen wir auch zu schießen, damit der piekt. Gippie. Guck mal runter. Äh, Trip war ja in Garage. Genau der. Wir können da nicht raus jetzt, ne? Einer auf Backside. Ne, hier kommen wir nicht raus. Hier kommen wir nicht raus. Ich kann das durchpassen, Oma. Just flash mal, flash mal. Pass mal auf hinten auf, Leute. Äh. Woher runter? Jetzt? Woher runter? Lade nach. Äh, Doppeltür und einer drin. Komm zum Played Backup. Wall hoch. Mach runter. Könnt ihr einfach nach hinten kommen, maybe? Schöner Schuss. Oder so. Mal runter. Lang. Ein Gegner übrig. Nice. Gute Legung. Äh, liegt die Womba dran für den Plan für im Prinzip 100. Für den Train. Ah, das ist eins zu langsam. Schade. Matchpunkt. Jetzt aber. Let's go. Sehr stark. Tis. 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 Stopp. Tis. Gew�ulsive. Ich bin echt schlecht heute. Ja, Quatsch. Also, Aiming ist für den Arsch. Wenn du heute schlecht pfiffst, dann würd ich ja noch weniger eigentlich spielen. Das heißt ja, dass du sonst besser bist. Ah, vier lang, vier lang. Mindestens. Erruss, erruss. Ich auch. Haben wir Smokes. Kannst du da rüberspringen, dann spring du rüber und ich geh zurück. Ja, nur so. Ja, ja, ich war. Vielleicht haben die es nicht mitbekommen. Spike platziert. Woll runter. Ganz schlecht. Ich muss auf euch warten ein bisschen. Ich weiß nicht, ob einer in der Base ist schon. Ja. Die wissen nicht, die haben keine Ahnung von Flask. Pieck mal noch nicht, Flask. Ja, das ist ein Wecker. Warte, 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 warte. Muss doch jetzt weggehen. Langzeit. 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 Letzte lang, letzte lang, letzte lang. Letzte lang, letzte lang. Der Verlängerung. Oh. Das ist aber geil mit dem Draht, dass du dann auch diagonal da durchballern kannst. Agiert gemäß meinen Infos. Verlängerung. Das geben keine Zeit zur Neupositionierung. Mann, die Smokes halten viel zu lange. Naja. Einfach so ein Drittel der Runde weg, nur weil der dann Knopf gedrückt hat. Brimmi Smokes sind voll nervig, oder nicht? Ja, der smockt sich einfach dauerhaft ab eigentlich. Tim mit links hat mich getötet. Er hat zwei Hits. Ach, schade. Oh nein, Spawn, oh lol. Oh, da muss sie überschrott gegangen sein. Ja, warte, kannst du einfach chillen? Vielleicht habe ich ein, zwei Kills und dann können wir. Das ist ein engesieses Fenster. Ich glaube, sie steht links, ne? Oh, schade, wieso spraye ich da auch? Wieso nehme ich mir nicht einfach eine Sekunde Zeit? Das ist so schlecht. Häft deinen Moment. Ein engesieses Moment. Hier muss da aber eigentlich nur einer stehen, oder? Noch 30 Sekunden. Steigt platziert. Oh, schade. Ich habe eh gedreht. Ich habe noch die E-Taste gedreht. Ich bin so blöd, Mann. Schade. Schade, der hat die ganze Zeit gekoilt, wo du bist. Weißt du, Schade, du bist so zurecht. Das ist eine neue Runde. Mann ey. Blitz defensiv. Dado ist so jemand, der bringt die Leute immer so zum, der entfacht immer das Feuer zwischen den Leuten. Ich nehme mal hier noch mal kurz den, den Anzug. Ich habe nicht geschrieben, dass er gerade am Plänen ist, ich gucke noch mal nach. Oder hast du gesagt, dass er auf C? Ich lass unten. Schade, was machst du denn hier nach Valorant gleich? Ich lese C von Base, Backside. Ähm, eigentlich wollte ich Mario Kart spielen, wieso? Äh, wir haben noch Platz für Fallgeist, letztendlich. Bräuchte ich vielleicht für Fallgeist. Ich scanne voraus. Aber die Bedingung ist, dass du einen Spongebob Charakter spielst. Ja, das ist die Bedingung. Ja, die sind auf B drauf, Leute. Äh, B. This was it. This was it. Nein, das Team muss das jetzt haben. Also, wenn das wer schaffen kann, dann lässt Kevin und Roma drei. Spike platziert. Okay, nur noch. Kevin und Roma drei können es schaffen. Nur ihr beiden. Ich würde es mir nach vorne rein gar nicht sagen müssen, ganz ehrlich. Doch. Hä, für die Lobbyers hätte ich doch echt gut angestellt. Nee, nee, nee. Nee, im ersten Spiel ja. Alle anderen spielen was. Nehme ihnen die Sicht. Am Boden. Von Mitte? Letzter Leben in den Winter. Komm, Cap. Ah, next try. GG. GG. Aber alle Games waren knapp. Das ist doch schon mal cool. Das ist doch schon. Der Fall ist ja gut. Ja, aber alle, die Leute.